Ein neues Ratteteam-Mitglied, wir begrüßen ganz herzlich Gerhard Walter! Zwischen Männern? Na ja. Wieso? Warst du eigentlich überrascht über den Gewinner? Die Analphabeten, die gewinnen die eigenen Nummern. Ja, ich verrate jetzt nicht, wer es war. Ja, gleich nehmen Sacha Strauch. Du kriegst das wieder. Ich erinnere mich, wie es gestern gewesen wäre. Ich erinnere mich, wie es gestern gewesen wäre.